hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dirt rally wir starten jetzt in das nächste rennen von monte carlo monaco und diesmal wird es wahrscheinlich etwas schwieriger die strecke kennen wir glaube schon naja so bis zum anfang dann hingen wir irgendwie im totalschaden am abhangen links zwei macht auf und rechts eine handball zu benutzen keine handbremse benutzen also mit dem autobus ja 6 km h durch die kürze damit der durchkommt das schon sehr interessant wie langsam um die kurven herumfahren muss weil ich das ist einfach glatt links 1 60 und da rutscht er einfach gerade aus deutsch das ist aber auch wieder toll hier diese strecke der kann eine chance die strecke richtig zu nehmen in rechts viel überkuppel in links 1 macht zu nein was was wir waren gerade so gut wie so hat er jetzt ein total schaden da ist ein kleiner abhang das macht doch so einen scheiß wirklich jetzt wirklich was für ein müll oh man aber zeit in welts weiter aber ich finde gerade etwas verarscht wenn wir bitte einer erklären warum ich davon jetzt total schaden habe ich glaube das ist ein fehler den man trinkt beheben sollte weil davon hat man mit sicherheit keinen total schaden oder wenn wir das jetzt immer erzählen dass man davon total schaden bekommt wenn man da diese zwei meter den hang runterrutscht jetzt fahren mit der handbremse aber recht sechs in rechts vier kuppeln in achtung rechts fünf überkuppel vielleicht sprung tor auf der strecke komme ich schon viel besser klar bis jetzt sechs über kuppeln und kuppeln und kuppeln bergab rechts vier über 90 innen halten durch senke in rechts sechs lang überkuppeln in kehre links kuppeln nein ich glaube man muss eine gute zeit fahren in links sechs über 60 links fünf überkuppeln 60 in links 680 rechts halten über sprung 100 Achtung mittig halten sprung in rechts fünf halb lang über welle innen halten 80 stopp innen halten 80 hey wird eine gute zeit links 6 innen halten kuppeln 100 schaffe ich schaffe ich schaffe ich rechts 6 halb lang und Achtung rechts 2 pfuch kleiner ausflug durchs grüne aber wir haben es geschafft pfuch ist gut äh 90 grad rechts kurve hier uiuiui Achtung kuppel sofort offene kehre links kein ding links 4 lang senke links 2 überkuppeln senke kuppeln und Achtung rechts halten überkuppeln pfosten links 3 lang durch pfosten und macht auf was warum jetzt mal sind die zeiten ziemlich dauernd auch wenn wir uns doch ein herzliches mal zurücksetzen mussten Achtung hundert bergab über kreuzung offene kehre rechts 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 bei auto links 660 vorsicht links 6 oder die besten fünf möchte ich noch kommen dafür sollten die zeit reichen wenn wir uns jetzt nicht total den sand setzen links 6 kuppeln in rechts 3 lang nicht schneiden 60 nicht schneiden oh oh links 5 lang 60 links 600 kuppeln vielleicht sprung oh Gott links halten überkuppeln sprung und mittig halten überkuppeln und rechts 6 links 6 links halten überkuppeln in rechts 6 innen halten kuppeln in links 6 nicht schneiden war wo die aussage alles im gräf alles so geplant vorsicht kuppeln in rechts 3 lang innen halten 60 kuppeln links 6 und rechts 5 halb lang durch senke 100 was das yo links 5 halb lang innen halten überkuppeln die zeit wäre sogar ganz schön zeit in ausspruch genommen hoch Achtung was los links 5 und rechts 4 lang überwelle 150 oi 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 rechts 6 und links 6 und rechts 5 lang rechts halten überkuppeln 60 rechts 6 60 noch geht hier alles eigentlich links 5 und rechts 6 über 100 und macht zu kehre rechts uuuhhhhhh in welle links 4 das war auch wieder knapp in welle links 4 in rechts 4 halb lang in links 6 in links 6 und links 6 sprung bis ziel dann ins ziel springen ok hat nicht ganz funktioniert weil dann das ziel erreicht komm bitte guter platz dritter ja uuuhh ich war doch eigentlich war eigentlich eine gute runde fahr mal weiter dritter insgesamt runde so wir müssen nämlich langsamer geld verdienen hier und jetzt fahren wir diese strecke hier wenn sie dann geladen ist oberschotter 13 prozent mittlerer 70 und leichter 17 ja standard halt so wenn es dann geladen ist guck mal auf start los geht's 3 2 1 nein ahe achtung links 4 baumstämme kuppel ich habe natürlich erst mal schon den sand gesetzt in der strache eingearbeitet hier über kuppel baumstämme am ausgang achtung links sechs in rechts zwei macht zu bis eins lang nicht schneiden Links 5 in rechts 10. Uch. In links 4, mach 2 bis 3. 80. Kuppel in links 5 lang, über Kuppel rechts 1. In rechts 3. Ach du. Hier habe ich erst viel zu spät gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da so scharf wieder rum geht. In rechts 6, links 6, Kuppel rechts 5, über Kreuzung. Ähm. Wir müssen hier rechts abbiegen. Ja, also. War doch gut gebremst. Was wir nachfolgenden unendlich machen, wo sie lang fahren müssen. In links 3. Oh, 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 oh. In rechts 5, in links 5. Danke, gefunden, okay. In rechts 2. In links 2. Ja, also. Rechts 6, in Achtung links 5, über Kuppel 80, über Kreuzung, 90 Grad rechts. Links 3, halb lang über Kreuzung. Das war die 90 Grad rechts. In rechts 5 lang, nicht schneiden. Auto, komm aus dem Graben raus. Danke. In links 4, über Kuppel, in Kehre rechts. Kehre nach rechts. In links 4, über 100, nicht schneiden. Ja, habe ein bisschen früh die Kehre genommen, ne? 100 durch Senkel, links halten, über Kuppel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hoffe, noch ein bisschen mehr hier drüber. Ja, war wieder schlau, da so außen drüber zu fahren. Rechts 6, links 6, über Kreuzung. Wo ist die Straße? Also die Strecke. Ey, du Gebüsch, komm ja weg. Ich muss auf die Strecke. 40, links halten, übersprung 103. Ich mache diese Ausflüge ins Grüne. Achtung, rechts halten, übersprung, über Kreuzung. So lange kein Wald in der Nähe ist. In links 6, in offene Kehre rechts. Ich bin dann auf der Kehre rechts. Boah. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen weiter. Irgendwo hier oben war die Strecke. Alles im Griff. Ja, jetzt halt mal zur Rücksetzung, da kann man nicht mehr in den Hang hoch, oder? Ach, locker. Ein bisschen Stuntshow machen hier. 60. Uah. Achtung, rechts 5, lang in Kehre links. Gott. 80. Kehre links. Warum lenkt mein Auto nicht rum? Ist da schon wieder kaputt. Links halten, über Kuppel, mittig halten, über Kuppel 80. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Rechts 5, lang über Kreuzung, 100 über Haltebucht. Rechts 6, lang über Kreuzung. Achtung, langsam 80, über Kuppel, rechts 5, durch Ton, Spritzwasser. Achtung, mittig halten, über Sprung, 100 bergab, bremsen, scharfe Linkskurve. In links 1, lang, macht auf bis 2, lang. 60, Achtung, rechts 4, über großen Sprung. Ja, gut. Und rechts 6, über großen Sprung, 40, bergab. Rechts 3, Spritzwasser. Rechts 2, durch Tor, macht auf, über Kreuzung. 60, über Kreuzung. Tor, du stehst schon wieder am Weg. Tore stehen immer am Weg. Über Kuppel, in rechts 6, lang, 60, überziehen. Komm, gute Zeit, bitte. Äh, 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 kämpfen. Perfekt. Und was haben wir für eine Zeit? So, Förderplatz. Wie viel sind wir jetzt insgesamt? Immer noch Dritter. Sehr schön. Also, wenn wir heute in Top 5 insgesamt bleiben, kriegen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Geld rein. Da freue ich mich drauf. Aber, das werden wir beim nächsten Mal weitersehen. Da geht es nämlich dann weiter mit Third Rally. Nächste Woche, Samstag. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Fall wieder. Ciao. Bye-bye. Vielen Dank.